Hi und willkommen zu einer weiteren Episode von Windrads Uninteressanter Plauderstunde. Thema zum Pups am Sonntag soll, was gute Remaster, Remakes, Re-was auch immer, für mich bedeuten, sein. Wie üblich behandle ich meine Meinung zum Thema, bei anderen Ansichten und Meinungen steht euch die Kommentarsektion frei, aber bleibt sachlich. Danke. Wie auch immer, begeben wir uns zu Punkt 1, gute Remasters. Also beim Remaster kommt es auf einen möglichst freierfreien Port, auf ein neues System an, sauber auf politische Grafik, ohne Fehler oder verwaschene Texturen. Also ein Spiel leicht aufgerübscht, auf modernen Plattformen zum Abkassieren zu bringen. Also Qualitätsansprüche, die ein Ratchet & Clank Trilogy auf PS3 nun wirklich nicht erreichen konnte. Die Liste an kleinen nervigen Grafikbugs ist nahezu endlos. Siehe dazu das, was alles im Ratchet & Clank Wiki steht. Nicht schlimm, aber auch nicht gerade ein tolles Gefühl. Grund dafür war wohl Zeitdruck. Die Triologie musste auf Biegen und Brechen zum 10-jährigen Jubiläum erscheinen. Schade. Auch die Remaster der PS2 Devil May Cry Spiele sollen nicht das wahre gewesen sein. Auch das ist schade und erlässt den Faden Nachgeschmack, dass es nur darum geht, ohne großen Anspruch ein Port zu bringen und schamlos mit Nostalgie abzukassieren. Mal sehen, wie es in Punkt 2 gute Remakes ist. Ein Remake ist für mich eine komplette neu entwickelte Version der originalen Vorlage, die diese in dem Modernen holen soll. Remakes bieten ein wenig mehr Freiraum, um das Original anzupassen. Aber die Gefahr an sich, dass das Remake zu sehr vom Original entfernt wird und deshalb von den Fans dessen nicht mehr akzeptiert wird, ist ziemlich groß. Es kommt auch darauf an, wie groß der Zeitraum ist, vom Original zu Remake. Denn je größer der Sprung, umso schwerer wird es den Geist des Originals zu bewahren. Beim Remake von Final Fantasy 7 schwant mir Übles. Nach über 20 Jahren aber verständlich, finde ich. Ob es am neuen Kampfsystem liegt, mit deutlich mehr Actionanteilen, oder an der sogenannten Hä, so sieht das jetzt aus? Tatsache, oder dass ich einfach nur pessimistisch bin, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Square Enix bei mir nicht mehr so hoch im Kurs steht, wie damals Squaresoft. Allerdings habe ich auch gelesen, dass man das klassische Kampfsystem zuschalten kann, wenn man will. Ein guter Schritt, wie ich finde. Und vermutlich hat man das nur gemacht, um die Fans der alten Teile zufriedenzustellen. Und wie auch immer, als Beispiel eines guten Remakes empfinde ich Medieval. Also, was ich bisher gehört und gesehen habe. Man möchte anscheinend alles liefern, was das Original 1998 so gut gemacht hat, ohne irgendwelche Experimente wie Soundtrick-Remakes, die das Original kaum noch eranlassen, einzubringen. Ich freue mich für die Fans des Originals, die eine PS4 eignen. Sie dürfen ihren Spaß haben. Ich für meinen Teil kaufe mir keine Konsole für ein einziges Spiel. Das ist Verschwendung. Außerdem drucke ich mein Geld nicht selbst. Wie auch immer, ein weiteres vielversprechendes Remake, das ich schon gesehen habe, soll Zelda Link's Awakening sein, für die Switch. Alles in modern, ohne die Seele des Spiels dem Kommerz zu opfern. Die Perspektive, der Grafik ist nah dran am Original und die Musik soll auch sehr gut klingen und Erinnerung wecken. Also, Switch-Besitzer werden es sicherlich mögen. Aber auch hier, ein Spiel ist mir nicht den Kauf eines neuen Systems wert, egal wie gut dieses Spiel nun sein mag. Wer das entsprechende System hat oder deswegen kauft, soll damit seinen Spaß haben, aber mich damit in Ruhe lassen. Und nun mit ganz großen Schritten zu Punkt Nummer 3. Tja, das ist der Punkt, an dem sich wohl am schwierigsten umzusetzen ist. Denn was zeichnet gute Re-was-auch-immers aus? Ich denke, das ist die größte Freiheit bei der Umsetzung und der Modernisierung des alten Spiels. Aber auch das größte Risiko ist, die Fenster mit zu großen oder unsinnigen Änderungen zu vergraulen. Als Beispiel möchte ich hier Ratchet & Clank 2016 nennen. Der grobe Handlungsverlauf ist derselbe, wie im Original. Und auch die Charaktere sind zum großen Teil dieselben. Größte Stärke ist hier die Grafik, die mich selbst heute noch beeindruckt. Also für jemanden, der keine PS4 hat. Große Schwachstellen sind für mich die Hauptfiguren, die sich nie wirklich ansehen und doch angeblich Freunde sein sollen. Dass Ratchet alles an Persönlichkeit eingebüßt hat, das ihn im Original ausmachte und ihn zu einem lahmen 0815 Ich bin nichts besonderes, aber ich will ein Held sein, Charakter wurde. Oder die Tatsache, dass es ständig irgendwelche nervigen Funksprüche oder Gespräche geben muss. Ist ja nicht so, als würde der Spieler einmal die Umgebung der Level in Stille genießen wollen. Von der dezenten Aufforderung, doch sich ein Pixelizer zu kaufen, ganz zu schweigen. Dazu noch, dass der ikonische Soundtrack gegen müdes, generisch plätscherndes Gedudel getauscht wurde. Und das alles als Spiel zu einem 5-klassigen Film. Naja, wenn das Ratchet & Clank Franchise bis dahin nicht tot war, war es nach dem Film. Aber egal. Eine halbwegs gute Re-Irgendwas-Version, die mehr in Richtung Remake geht, ist Spyro Reignited Trilogy. Also, was ich davon bisher gesehen und gehört habe. Allerdings für mich ein No-Go ist, dass nur Teil 1 auf Disk ist. Die anderen beiden Teile muss man sich gigabyteweise aus dem Netz ziehen. Was ich unverschämt finde. Entweder alles auf Disk anbieten oder alles runterladen. Dieses Mischmasch nervt. Wenn man kein super-duper-schnelles Internet hat. In einem Land, in dem das Internet immer noch Neuland ist, dürften das so einige sein. Aber genug davon jetzt. Wie man merkt, bin ich bei manchen Spielen recht altmodisch. Weil ich nicht will, dass diese nur gemacht werden, um Geld abzugreifen, ohne darauf zu achten, was man eine Serie antut. Was nützt dann jetzt Geld, wenn man danach keins mehr macht? Da man bei den Fans schlichtweg vergeigt hat. Tja, je länger eine Serie geht, umso mehr muss darauf geachtet werden, was man ändert. Das war es dann an dieser Stelle aber erst einmal. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir doch ein Like da. Über Feedback würde ich mich freuen. Wenn euch mein Content zusagt, wäre ein Abo natürlich auch sehr schön. Bis zum nächsten Video dann. Bis dahin und Tschüss.